Meine Damen und Herren, Elena Fischer Du kamst wie ein Wunder Zur richtigen Zeit Du musst es nicht sagen Ein Blick hat gereicht Ich hab so lange gewartet Auf Liebe, die beleucht Auf ein Herz, das genauso Schlägt wie meins Und jetzt nimmst du meine Hand Und unser Glück Fühlt sich unendlich an Ich geb dir alles, alles von mir Für heute, für immer Bleib ich bei dir Durch Höhen und Tiefen, egal was passiert Ich geb dir mein Wort Ich geb dir alles, alles von mir Alles von mir Deine Nähe macht sücht Und ich verliebe mich Und ich verliebe mich Jeden Tag neu Du kennst meine Fehler Und liebst mich dafür Du bist der beste Teil Und jetzt nimmst du meine Hand Und unser Glück Fühlt sich unendlich an Ich geb dir alles, alles von mir Für heute, für immer Für heute, für immer Bleib ich bei dir Durch Höhen und Tiefen Durch Höhen und Tiefen, egal was passiert Hätt nie gedacht Hätt nie gedacht Hätt nie gedacht Dass man so lieben kann Ich geb dir alles, alles von mir Ich geb dir alles, alles von mir Für heute, für immer Bleib ich bei dir Durch Höhen und Tiefen, durch Höhen und Tiefen, egal was passiert Ich geb dir mein Wort Auf ein Leben mit dir Ich geb dir alles, alles von mir Alles von mir Meine Damen und Herren Meine Damen und Herren, Helene Fischer Herzlich willkommen bei Licht ist dunkel Schön, dass du bei uns bist Danke Ja, da waren schon Gänsehautmomente an diesem Abend Mit dabei Und Helene, eigentlich trittst du ja momentan Gar nicht auf Hast für uns eine Ausnahme gemacht Aber sehr, sehr gerne Warum ist dir das so wichtig? Trotz Welterfolg für andere hier zu sein Ganz ehrlich, das ist die Essenz unseres Lebens Wenn wir nicht zurückgeben, das, was wir als Glück empfangen dürfen Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe so auf der Sonnenseite des Lebens Ich habe durch meinen Beruf einen Traumberuf, den ich ausüben darf Und es ist mir eine Herzensangelegenheit heute Abend hier zu sein bei euch Und von daher, also ich versuche wirklich bei allem, was ich tue, auch immer ein Stück weit zurückzugeben Auch wenn es einfach nur ist, dass ich meine Musik mit den Menschen teile Und sie in diesem Moment einfach ein bisschen glücklich mache Dankeschön dafür Vielen Dank Großartige Helene Fischer Danke Und ich habe noch eine gute Nachricht Es gibt gleich noch mehr Helene Fischer hier auf der Bühne Da freuen wir uns auch schon riesig drauf Jetzt ist aber wirklich einmal Zeit zu schauen, was dieser tolle Abend eigentlich eingebracht hat Deshalb bei mir Wir wissen es noch nicht Pius Strom, wenn du es nicht weißt, wer weiß es dann? Generaldirektor des ORF, Ronald Weiß Und weiß es auch nicht Ja, vielleicht weiß es der neue Geschäftsführer von Licht ins Dunkel, der Mario Thaler, der fehlt Den rufen wir hier aus Mario Thaler Er weiß es auch nicht Wir warten noch Wir sind beim Rechenen, aber wir brauchen noch einfach Ist die Summe so groß oder wie? Es wird eine große Summe Der Herr Finanzminister, der heute nicht da ist, weiß warum, glaube ich Und danke Herr Bundeskanzler, danke Herr Vizekanzler, es wird teuer Ja, dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit Helene Fischer Ich bin ja da Ja eben, oder? Wollen wir noch einmal? 100 Prozent mit einem Hirschnedling Meine Damen und Herren Vielen Dank